gar nicht? nichts bei letzten fünf Punkten? hm ich hab sie . 's sie was das Ich hab kurz noch was. Hm. Zum Ring. Da bin ich nichts. Ich war blöd neben drei Sturzungsfanzierung oder was ich jetzt. Deine. Ah, du bist jetzt nicht. Wo geht denn rein? Hm, hm. Oh, wie denn es ist auch los? Hm, hm. Das ist ein Kenyon. Oh, naja. Mit ihr, mit ihr, mit ihr ging ja, ey. Das schaut jetzt nicht ganz klar zu sehen. Was oben rauskommt. So, die ist schon wieder. Ja, ja. Wie kann ich ja auch mal? Oh, jetzt ist mein erster Stern, Junge. Wahnsinn. Oh, wo geht sie hin? Oh, da ist ein Hogan. Ich glaube, da ist ein Hogan. Wenn es einen Wanderstern gibt, denke ich auf jeden Fall. Oh, das ist ein Hogan. Oh, ich habe jetzt ein Hogan. Ich habe jetzt ein Hogan. Oh, ich kann sie jetzt nicht spielen. Das ist wirklich schlimm jetzt. Oh, was? Jetzt kommt er noch. Der hat so eine Zähne dabei. Eins, acht, neun und der hat hohe Zahnen. Ich bin so klein. Zähnenナargez mit mehr. Dasiste ihn entspann. Wohn nicht so frei. Oh! Ich bin so klein. Du wieviel? Vielleicht denkst du das Spiel ansonsten wieviel wäre ich mit, ey. Nur die Räden. Was brauchst du denn machen? Totaler Durchblick. Was ist denn? Oh, jetzt wurde irgendwas vom Titan hier. Was? Den Charakter scharf stellen. Neige den Doikon um den Charakter scharf zu stellen. Wenn das gelingt, bringt dir der Charakter zu. Ey, was macht denn? Was machst du denn? Das ist falsch. Du musst so. Ha. Was ist denn? Wirklich jetzt. Ich glaube ich irgendwie nicht. Hm. Was? Wieso halten? Wirklich. 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 Ah. Jetzt ist es Zeit. Ich kann schon mal nicht mehr. Ah. Wirklich. 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 Sieht stark nach Sieg, so sieh also nicht. Ich konnte noch mal an Dings vorbei, glaube ich, an Akidua. Trotzdem hast du dann nur noch zwei Ebener. Kennst du, wenn jetzt noch Stern bei mir hochkommt und ich dann hole und dann noch mal zu Dings? Als ob du so viele Sternen hast wie wir drei zusammen. Nein, nein, nein. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt im Stande, rechts sowieso. Hm. Was wäre jetzt besser? Der sieht ja eh nicht. Kann der diesmal nicht holen? Jawohl. Ich bin hier Partner jetzt hochwerfen. Gut. Hat sie mich die Entscheidung, wenn es abgenommen wird? Ja, Timo. Wieso, heute will es jetzt auch oder was? Daisy is a bitch oder was hier? Die vier Partner? Kann ich die Entscheidung? Gut. Okay, du. Daisy will es wissen, ja. Jetzt gerade ungefähr. Ich bin hier schon. Boah, der ist so. Das ist perfekt. Der ist perfekt. Oh! Meierverbindung kannst du es heute nicht haben. Äh. Der sehe ich den Hals nicht voll. Ach, der ist auch gut. Der hat genug. Der hat genug. Ich muss nicht mal rechnen. Obwohl ich den habe. Drei. Dann traue ich den habe ich. Vier und du. Fünf. Hm. Ist das doof? Wieso? Der hätte doch mal auch so verzeichnet gegeben müssen. Der war die Huse gegangen. Wissen? Ja. Ja, ja. Da. Ah, sch… Nein. Ich bin hier vorbei. Ich bin hier wirklich. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Ich bin hier wirklich. Das kann ich nur nicht glauben. Hallo. Ja, hallo. Die haben alle in. Ja, hallo. Hallo, die haben alle in. Ah so, Pein den Pechfeld, super. Das steht ja recht. Mach' ein Zufall. Nee. Kommt, du hast sechs Sterne, hallo? Ja. Kannst du jemanden leisten? Mhm. Du bist so eine Bitch. Mensch ist so eine Bitch. Ich kann nur noch auf den Bonus-Stern hoppen. Bei jedem öffnen. Ja. Ja, ja. Das ist ein neues Spiel, du kannst du nicht mehr nehmen. Ja. Du kannst es nicht mehr machen. Es ist ein neues Spiel, du hast die Planung schon... Ja. Dann kommen die beiden rein. Machst du, wenn du kommst? Tschschschschschschsch. Hm hm hm. Super, oder? Das ist super, oder? Mhm. Komm, die Dämpferung. Komm, geh mit Leben. Total Banane. Total Banane. Okay. Ah! Ah! Podest in der Mitte erreichen. Wenn du den Schalen beim besten Willen nicht aus dem Weg gehen kannst, renn einfach drauf. Los! Wenn du dabei einmal hinfällst. Dann musst du dich da irgendwie durchnavigieren. Ja! Boah, boah, kenn ich hier die Mitte? Ah ja, das ist eigentlich gleich. 70 Meter. Die Mitte, die... Manche muss sogar wieder durchführen. Okay, ready. Ach! Schaffst du das? Okay. Jetzt muss ich jetzt gleich nach oben. Was? Geht weiter! Was so lächerlich ist das? Wie ein Lappel bist du? Naja. Was ist denn da? Doch. Meine Bananen. Meine Bananen. Mhm. Ich muss nur ein Loch, wo du weißt, was da ist. Loch. Aber stimmt, das ist überall an sich. Mhm. Wie viel Runden? Drei. Ach, bei drei Runden ist es die nur. Aufgepasst! Es sind nur noch drei Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuelle Platzierung. Rosalina ist auf den ersten Platz. Mario folgt auf Platz zwei. Der Stryker hat Monty im Arwurf. Und letzter ist Daisy auf dem Kerten. Puh, spannender geht's nicht. Wer wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gast-Experten an. Hier ist er! Darf ich einen Applaus bitten? Lakitu! Daisy wird die Partie nach einem Rückstand drehen. Ich bin mir Testen wahrscheinlich eher ziemlich sicher. Okay? So, Leute. Hier für Hadesi folgende Ballone und goldene Turbo-Optics. Ist das alles? Mehr passiert nicht. Und jetzt haben wir so eine doppelte Wertung. Wir nähern uns dem Spielende. Ja. Es kommt auch noch besser. Auf Planfeldern gibt's ab sofort sechs Münzen. Und roten minus sechs. Das kann die Partie entscheiden. Oh, doch noch nicht alles. Na? Immer noch nicht nervös? Da kann ich mal ein bisschen nachhelfen. Ein Spiel macht doch nur fast, wenn es richtig zur Sache geht. Oh, oh. Das wird nicht sein. Mehr Pechfelder. Nee, schwarze Felder. Da können wir uns den Stern noch verlieren. Wenn man draufkommt. Oh je, Kamek hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht. So ein riesen Pechfeld ist sehr gefährlich. Darauf sollte man auf keinen Fall landen. Ob es dir gefällt oder nicht, die letzten drei Runden stehen an. Also, jetzt gib alles. Ich bin da schon oft auf die Landsee. Da kannst du auf jeden Fall Steuern rumschieben. Woh! 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 Da bekanntlich ist erwähnt. Sieht doch nur das wichtigste Schatz. Woh! Woh! Lieberuck! Weil du детей ist sick. Woh! Du Hältst mal zuslenden. Zu Hause ist sicher dass du nicht mehr. Die Sch ambiguity musst du nicht 2024 festnehmen. Oder oder? Ach du hast ein Pilzchen nochmal, achso, kommt da ja. Ja, da kommst du auf verbindeten Feld. Und da kommst du auf auch verbindeten Feld. Oh, da muss es auch in München sein. Da kommt die Wölben zu sein. Hä? Na ey, aber der ist noch nicht hier. Nee, da kommst du auf Pechfeld. Achso, Scheiße. Naja, also unten lang. Wieso ist das so? Willst du mal alles testen, was du da sagst? Wario? Mach du es doch. Ja, jetzt kriegst du noch einen. Wario. Die Wario nicht, okay. Mach das, ne? Ja, ich will schon alles testen, aber du kannst es testen. Ja. Bin hinterher in den Bar, bin ich immer zu achten. Aha, okay, gut. Spooky. Okay, die kann man drauf. So, ich will das Evolubieren zu. Oh, ein Peach Ruffle. Sechs, plus, 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 plus. Wie viel, Alter? Zwölf, Alter. Ich kann mir vorstellen, wenn die hier so viel Münzen hat, ey. Die muss jetzt immer im Kreis holen. Jetzt wird sie weg, das. Ich glaube, nächstes Mal mal gucken. Das ist so lange geworden. Jeder. Da sind ja locker vier, fünf Parts und eine Plette jetzt. Wenn du noch bis auf stark machen, guck ich mal. Wir haben fast alle verbraucht, ey. Alle Verbindungen. So, Luigi. Das Feld ist voll hier, ey. Der brauche ich, mein Bruder. Ich bin fertig. Der brauche ich, dein Güter. Das ist auch. Und, wenn du also aus relationshipaust hast, Ich bin dran. Ich bin dran. Dann bin ich zu. Das ist egal. Das ist egal, was sie. Das nicht was ich. Und... 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 Ich dachte, wie wir jetzt noch beeigen können. So, nicht früher! Aber zum Stern kommt niemand mehr. Hm? Pfannkuchen Pyranide. Dann... Viele Pfannkuchen ergattern. Du kannst dir nur komplett frei liegende Pfannkuchen nehmen. Pfannkuchen mit einem Stern sind 3 Punkte wert. Warte, wenn jemand hier drauflegen kannst du das eigentlich nicht nehmen. Einfach nur... Ne, drauflegen. Warte, drauflegen geht's alleine mit. Hey! Gut. Alles klar. Als ob Daisy wohnt jetzt. Ablegen geht's alleine, muss ich hinziehen. Wie ist das? Hey! Oh shit! Ja! 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 Ich bin gespannt, dass das Bogenstern gibt sie. Was denn, Süße? Ja, lass uns doch gespannt sind, Mann. Zwei Runden. Kannst du mir was sagen, ich bin glücklich. Ich bin jetzt vor, so hoch zu werfen. Ich hab nicht. Wahnsinn. Das ist gut. Ich hab keine Idee, wie es ein Mischung ist. Was ist ein Mischung? Okay, jetzt geht's. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Scheiße, ja. Aber heute kommt noch mal ein Laden vorbei. Das ist ein Minispiele, wir gewinnen. Die gleiche Taktik hatte ich nicht weh auch, dass ich noch ein Rauch kriege. Die letzte Runde noch mal einsetzen kann. Ich will jetzt erst mal... ...drei müssen. So, es gibt der doppelten Wert. Ah, shit! Ich hab schon gesehen, ey, leck' mir aber. Shit, ey, ich muss jetzt... Leck' ich nicht abbilden. Gott, oh, schlisch, ich bin. Wo? Was? Nein, er wird jetzt für ein Minispiele. Ich verstehe auch nicht, warum wir geplätzen. Ich bin jetzt die letzte Minispiele. Ja, jetzt. Danach und jetzt. Und trotzdem. Okay, okay. Ich kann alle gehen schon an. Was hat das denn jetzt gebracht, ey? Ja. Pfff. Eigentlich bringt er doch Röhrer eigentlich nicht viel. Der Fohlen. Der ist der letzte Wunsch im Einsatz. Das wird sicherlich ohnehin. Das sei denn, du verlierst irgendwie. Irgendwie dummer nicht ey. Ich dachte, ich bin so Pech ey. Ich denke, wir nehmen Mario. Ja, ich denke, das auch. Ach, wenn das nicht Mario ist, du brauchst meine Hilfe, was? Ich krieg's ja aus. So. So, vorletzter Minispiel. Das ist die Uhr, ich muss nicht probieren. Danke. Na ja. Dann Minzspiel Rose. Runterfeil Roulette. Deminispiel. Nicht durch eine Faltöre fallen. Beobachte den rosa-formen in Gefahrenbereich und halte dich von ihm fern, wenn der Timer ein Null erreicht. Du weißt? Ach so. Du musst halt immer in Bewegung bleiben. Uiuiuiui. Start! Beantworten. Ohohohoh, der ist immer auf den Sinn ab ey. Bei mir ist Mario und also du nur noch dabei. Wieso? Ich war noch dabei! Bisscheiße. Ich bin kein Problem für die最近. Mit dem anderen Teil haben wir noch dabei. Mit dem anderen Teil sind ja nicht. Doch, es ist natürlich nicht. BISCH! Nein! Wir sind jetzt bei mehreren. Team Desi Wenn der jeden mal dabei ist... Die letzte Runde, jetzt nochmal richtig anstrengend. Immerhin werden nach dieser Runde noch Boni verteilt, sodass man weitere Sterne erhalten kann. Abgerechnet wird Gerst ganz am Ende. Sehen Sie gut aus? Sind wir Punkt gleich, Alter? Stammengleichheit? Nicht mehr, aber nicht mehr. Das ist ein Ende. Genau. Oh mein Gott. 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 Ja, das ist halt ein Ding. Das sind die Funktionen, ich glaube nicht mehr. Puh! So. So entscheide ich, du oder ich. So. So. Ich bin jetzt nicht mehr gut. Du hast noch eine Runde mehr? Ja, ne, das haben wir auch noch mehr. Letztes Minispiel. Okay, mach ich nicht. Das ist eigentlich wichtig für dich, weil dann kannst du mehr mit uns als ich. Das ist so entscheidend, so. Das heißt, ich muss mich anstrengen. Oh, brauche man. Mehr Staub als Gegner wechseln. Die Mitglieder eines Dreieckigen sollten absprechen, in welche Richtung sie laufen möchten. Ich kann nicht absprechen machen. Ja. Ich muss einfach nur bewegen und um saugen. Sau. Sau, gar das weg. Wurde aber lange nicht geputzt hier. Ja. Das ist so, ich glaube. Das ist so. Das ist so, ich glaube. Das ist so, ich glaube. Komm, noch zwei. Guck wie Stimme. Alle Runden sind beendet. Dann ist es Zeit, dass er geht. Das Abenteuer in der Ruine ist beendet. Ein legendärer Wettkampf, an den man sich noch lange erinnert. Wer hat denn nun gewonnen? Also, dann gehen wir mal durch, ja. Durch welchen Bonus ich erfund bin. Es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Hier ist der erste Bonus, der begeben wird. Minispielen muss ich wünschen. Der Minispiel-Bonus! Diesen Bonus erhält, dass die Leute die meisten Minispiele gewonnen haben. Dieser Bonus geht an... ...MARIO! Ja! Ein weniger wie du einfach. Und welcher ist denn wohl der zweite Bonus, den ich verkünden darf? Der Ereignis-Bonus. Der Ereignis-Bonus! Der Ereignis-Bonus! Der Ereignis-Bonus geht an! Ja! Wenn du jetzt geht, Christoph! Du sollst das gegenreden. Wenn jetzt München an, kommt zum Ausdruck, das hast du gewonnen. Das kommt's dann an. Kommt das drauf an, der hier kommt. Der dritte Bonus, der vergeben ist das? Verbind, ja. Der verbindelte Bonus. Das ist... Diesmal war dein älter Spiel. Der hat ja nicht zu... Hä? Richtig, wo bin ich gerade? Haha! Ja, Daisy hat er so viel. Monty, komm mal raus, gucken wir mal. So weit, so gut! Er hat nun gewonnen! Ja! Wo bin ich? Daisy? Monty? Mario? Diesmal geht der Weg an? Ja! 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 Nein, die Münzen! Ich hoffe sie wussten! Ich hoffe sie wussten! Das letzte Spiel! Das letzte Spiel hat sie gewinnen müssen! Ich kann mich nie wieder dazu hören! Ich muss mich auch immer! Blackwatch! Ich habe ihn zwölf Münzen! Wir packen ihn zwölf Münzen! Auf dem Spiel wird erhaltende Münzen! Ah, das war auch Witzknapp, da! Das hat alles entschieden! Das letzte Minispiele, wenn das gewonnen hat! Ich habe sechs Münzen in den Minispielen! Ich brauche noch einen Minispiele! Ich brauche noch einen Minispiele! Offen wir mal einen Minispiele! Festschnepp oder? Reigness! 1! 1! Eins! Ey! So viel nützlos! Ich hätte es ja gekündigt. Ja, das stimmt. Ich hätte nur Windsteine gewonnen. Gewinnerbonus. Ich glaube ich muss 2.000 bekommen. So. Ich habe noch mal ein Zeichen. So. Und mit Mario den Sieger, ob er jetzt verdient hat oder nicht. Die erste Party. Zu Ende ja. Von Super Mario Party. Ich hoffe dieses neue Spiel hat euch gut gefallen. Und Susi ist jetzt natürlich Sauti. Dank dem Bonus-Sterne war sie doch. Die Bonus-Sterne war glaube ich nie. Susis erfreundlich. So. 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 So.